Das Faszinierende ist, dass an ihm erst mal gar nichts besonders ist. Nicht besonders schnell. Nicht besonders kräftig. Seine besondere Fähigkeit besteht darin, das Spiel anders zu sehen als die anderen. Ich verstehe jeden, der sagt, er hat sie nicht alle. Aber wenn ich runter schaue, muss ich die weißen Schuhe sehen, ansonsten fühle ich mich nicht wohl. Das sind Socken. Wir lieben uns einfach zu Hause, in der Nähe von den Kindern zu sein. Wir leben wie so ein altes Ehepaar. Diese Ruhe, Gelassenheit. Das hat er von seiner Großmutter. Von mir? Auch noch ganz wichtig, was Opa sagt. In der ersten Halbzeit nicht so viel laufen, damit du in der zweiten noch mehr Kraft hast. Das behältst du dir nicht sehr oft. Wenn da ein Riesentalent ist, dann hat man noch den Ehrgeiz, die Kinder in den bezahlten Fußball zu bringen. Mit 16 war er dann weg. Ich habe viel gesessen am Tisch und habe geweint. Das hat uns sehr schnell als adult gemacht. sehr schnell gemacht. Mir wurde eigentlich ganz oft gesagt, wie toll ich bin und wie richtig ich alles mache. Aber wenn ich gespielt habe. Ein Verein muss manchmal harte Entscheidungen treffen. Und das war der harte, vielleicht die falsche. Das ist ein Spieler, der von Bayern München kommt und gerade Weltmeister geworden ist. Was Besseres kann dir nicht passieren. Es hat Spaß gemacht, der ist aber. Da ist keine Nervosität. Folkens sieht, dass alles in slow motion ist. Das gesagt, komm zu Manchester United. Große Spieler sind plötzlich stark. Im Hirn wird viel mehr entschieden als mit den Füßen. Toni Kurs ist die Idealverkörperung, was das Ausland an Deutschland erkennt. Deutsches Handwerk, deutsche Ernsthaftigkeit, deutscher Sonnenbrand. Einer der größten Dirigenten für deutscher Fußball je hatte. Ich hätte null Probleme, wenn Felix jetzt bei Real Madrid spielen würde, Weltmeister wäre und wir einfach die Rollen tauschen. Ich auch nicht.